Also hier, das ist der Mondsee, also nicht der Mondsee in Österreich, sondern bei Zeller. Das ist so eine kleine Ortschaft, die ist da vorne und das ist unser Lieblingsplatz. Ich hoffe, Sie können es erkennen, weil der ist zugefallen. Ich gehe mal mit dem Finger um den Mond. Also, Sie haben es gesehen, gell? Und da wachsen auch noch ganz viele Böden. Schlecht. Darf ich den Steg filmen auch? Das ist der Steg. Das ist der Steg. Darf ich speichern? Okay.